Ja Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, ist mein Kanal tatsächlich zwei Jahre alt geworden. Zwei Jahre lang mache ich schon YouTube und wenn man wissen will, wie viel ich überhaupt schon Let's Played habe. Das ist eine ganz schöne Menge. Also ich habe mal geguckt, das ist eine ganze Menge. Ich habe immer mal Liste geführt, liegt daran, weil ich ja diese abgeschlossenen Projekte-Slot habe hier, damit das halt nicht durcheinander wirbelt. Weil ich habe ja schon mal fünf Projekte auf einmal und dann ist es halt schon nervig, wenn Leute jetzt sagen, keine Ahnung, ich will nur abgeschlossene Projekte sehen. Gibt es ja, es gibt ja tatsächlich auch Leute, die gucken nur abgeschossene Projekte. Die sagen sich, ne, da habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich warten muss, bis die nächste Folge kommt oder auf den nächsten Tag warten muss. Sondern ich gucke es mir erst an, wenn es abgeschlossen ist. Und daher habe ich dann immer gedacht so, wenn man Lust hat und so, dann kann man sich hier auf abgeschlossene Projekte gehen, kann man sich hier einfach alles reinziehen, weil das ist tatsächlich alles abgeschlossen. Wer sich hier umguckt, weiß sofort, mhm, ist alles Ende. Es hat alles ein Anfang und Ende. Hier könnt ihr euch angucken, ihr könnt euch viele Videos angucken und wir haben auch schon extrem viele Let's Plays. Also auch gerade Mammut-Projekte hatten wir jetzt ja zwei Stück, drei Stück. Das Witzige ist, die meisten Let's Plays pegeln sich so ein zwischen, ich finde es witzig, dass ich für Spider-Man genauso lange gebraucht habe, wie für GTA, ähm, pegeln sich so ein zwischen 20 Folgen, ja gut, dann haben wir, ja, 20 Folgen, rund gerechnet 20 Folgen und 70 Folgen. Ich glaube, das sind die meisten LPs, ich glaube, wenn man zu übernommen ist, sind die LPs 20 bis 70 Folgen lang. Dann haben wir natürlich auch so Ausreißer wie Skyrim, kriege ich ja Skyrim ganz fast 20 Folgen, weil sie nicht mal auf 100% gemacht hat. Also ein LPs-Alder-Schools-Fans da draußen, das kann 100% run, das ist einfach nur 22 Folgen. Also ich habe geguckt, für welche 100% brauchst du angeblich 222 Stunden, angeblich. Kommt auch hin, also es kommt hin. Wirklich 100%, ich weiß nicht, was die Definition von 100% bei Skyrim ist, ob du dann wirklich auch den komplett skilst oder so, oder wie das jetzt gemeint ist, oder alle Quests nur, oder das nachher so richtigen, richtigen Bombencharakter hat, keine Ahnung, aber es wird schon irgendwie so gemeint sein, oder alle Trophäen hast, oder gibt es auch Platentrophäe für P-Lazy und bestimmt schätze ich mal. Gut, ist jetzt aber auch nicht die Sache. Also mein schönes Let's Play habe ich auch schon hinter mir, ne? Hitman, es war eine Tortur. Das war glaube ich das einzige Let's Play, was mich für mich demotiviert hat. Ähm. Da hatten wir natürlich Spiele wie Bioshock. Alter, wir hatten Batman, äh Batman, äh Batman war auch. Wir hatten das wie Detroit Become Human. Invisible Man. Äh, ja, stimmt. Das Let's Play Together mit dem lieben Fanon, da nenn ich mich auch noch dran, das war auch extrem witzig. Also das Game Ben & Ed, bin ich ja echt kein Fan von Ben & Ed. Ich bin ja nicht so, also Ben & Ed war ja schon cool, das Let's Play war echt geil. Aber ich bin jetzt, ich hab Ben & Ed eins ja nicht gemacht, das war ja, ich kann dir ja, ich will es ja mal erzählen, äh, das ist ein Let's Play, was nicht entstanden ist. Äh, eigentlich hat ein Fanon, hat Fanon auf seinem Kanal Ben & Ed gemacht, könnt ihr gerne mal reingucken. Äh, und der Plan war, dass wir zeitgleich auch Ben & Ed machen, also Ben & Ed eins und zeitgleich mit Ben & Ed zwei anfangen, also Blood Party. Oder wie ich das immer genannt habe, Perioden Party. Ähm, äh, so. Perioden Party, das sind wieder meine Witze, es tut mir leid, ich übernehme keine Haftung. Ähm, äh, Let's, ja, was wollte ich sagen, jetzt hat mich das rausgebracht. Scheiße, ja genau. Ähm, eigentlich war es geplant, dass ich es mache und mit ihm zusammen Ben & Ed, das heißt, wir beide zocken, ich zocke es und er zockt es, das wird zusammen zwei Sichtweisen haben, dann kann man gucken, bei Fanon, wo hatte er Probleme, wie bei mir, wo hatte ich Probleme, oder, bitch, krass, Fanon hat einen neuen Trick entdeckt, oder ich hab vielleicht einen neuen Trick entdeckt, so war das ja. Aber er hat mir das so rumgepackt, dass ich gesagt hab, so, nee, Ben & Ed. Ne, da war irgendwie, das ist irgendwie nicht funktioniert, vielleicht hol ich das irgendwann nochmal nach. Nein. Nein, das ist eine schlechte Idee, nein, weiß ich nicht. Aber vielleicht hol ich tatsächlich irgendwann nochmal nach, vielleicht werde ich Ben & Ed irgendwann nochmal zocken, gerade wenn ich so daran denke, wie das witzig war mit Fanon, da hab ich schon gleich mal wieder Bock mit Ben & Ed und vielleicht auch mal den Singleplayer zu zocken, weil es gibt natürlich noch einen Singleplayer-Modus, ich glaub, der ist ein bisschen separat. Das war eher so ein, was ich mit, äh, Fanon gemacht habe, so ein Challenger-Modus, das hat gar keinen, gar keinen Zusammenhang, die Story, das war, also ich, das war eher so ein Challenger-Modus, glaub ich. War ein extrem cooles Together, ich glaub, das einzige, was ich hier auch mit ihm auf dem Kanal habe. Genau. Ähm, ja. Let's Play Play Day 2 Crime Steel Coop, das hab ich damals mal so genannt. Ähm, das ist ja immer ein Together, um den dann, oder? Das war ja damals mit dem lieben, lieben Foxy, äh, und Bakira, also schöne Grüße an euch, und auch am Fan natürlich auch schöne Grüße. Ähm, da haben wir ja, äh, das war echt nice, da haben wir ja, ähm, äh, kein Spiel gemacht, und eigentlich war es ja geplant, dass wir das bis zum, bis Level 20 machen. Also bis, glaub ich, äh, da kann man diese, da gibt's so Level auch, ähm, diese Paradelevel, das ist berüchtigt, berüchtigt. Beutlichkeit 20, ähm, hatten wir geplant, und, äh, ist ja nie, ist ja nichts draus geworden, irgendwann, also aber schon ganz, ganz früher. Ja, also, man, man sieht hier schon, man kann hier schon echt ein bisschen was erzählen, hm, über die Spiele. Just Cause 1, Just Cause 4 brauche ich gleich lang, exakt, das ist natürlich sehr gut. Läuft bei mir, mhm, ja. Da haben wir natürlich auch schon Spiele, Resident Evil 2 Remake, also für die Horrorfans, äh, Outlast ist, Outlast ist echt, echt abartig, also Outlast, ich glaub, Outlast ist mein abartigstes Let's Play, was ich hier gemacht hab. Ich hab so ein ekelges Spiel mit mir in meinem Leben gespielt, das war so, nicht so brutal, das war einfach nur widerlich. My Friend Petro ist mal was ganz Neues, was ich jetzt hier auf meinem Kanal sehe, so ein Sidescroller, da hab ich ja auch umgeblitz ausgeflirrt, aber wenn man so ein paar Sidescrollen nicht immer, das gehört dazu. Ähm, äh, da hab ich ja auch ne ganz, ganz, äh, das ist ja auch ganz, ganz neuer Stronger auf meinem Kanal, eigentlich gibt's das gar nicht, Ruby Grim Eclipse, ja, okay, das ist ja so ein Prügelspiel. Ja, Ruby hab ich auch gemacht. Äh, Grim Eclipse mit der Lieben Yang hab ich, glaub ich, gezockt, ja, weil die cool ist. Cool Serie. Ähm, ja, also wie man sieht, ich hab unfassbar viele Videos gemacht, ich hab auch, ich werd auch unfassbar viele Videos drehen, ähm, wenn man hier mal wieder auf Übersicht geht, ähm, klar, Assassin's Creed, das müsste ich natürlich weiter aufnehmen, das ist tatsächlich auch so ein Projekt, ähm, äh, es ist, ja, Mafia hab ich schon komplett abgefilmt, also Mafia ist für mich schon fertig, auch schon fertig hochgeladen, bin da, bin ich auch schon fertig, ihr seid ja erst bei Folge 20, das ist ja okay, äh, ja, äh, hier hab ich so da soweit, äh, die Hauptstory ja auch schon soweit, glaub ich, abgefilmt, hab ich voll auf den Weg als der Falle, bald mit dem ersten DLC, Dead Money an, da bin ich jetzt, äh, sozusagen, ich hab doch kein, ich hab den erst in den, in den Bereich gegangen, das heißt, ich hab da noch nichts von gesehen, von Dead Money, nur so die ersten, ersten 10 Sekunden von dem DLC, wenn man so ganz ehrlich sein will, ähm, ein großartiges Spiel Fallout, aber manchmal ist Fallout einfach nur nervig und scheiße, das liegt aber auch nur daran, dass, ähm, äh, das liegt nicht am Spiel, also an dem Inhalt des Spiels, der Inhalt ist subi, also rein Story-technisch, Welt, Gameplay, okay, Gameplay ist ein bisschen, äh, dass ich daneben schieße, obwohl er vor mir steht, es ist ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ich da Fehler mache, oder ob ich zu dumm bin, irgendwie, äh, ist das ein bisschen scheiße, ähm, dennoch, es stürzt übelst oft ab, also, es stürzt die Übel, also nein, ich komm nicht rein, es kommt so oft die Fehlermeldung, äh, Fallout New Vegas, reagiert nicht mehr, wenn er rein geht, es ist so nervig, und ich, ich mach schon bald Witze drüber, wenn ich das Spiel, ab, einfach mal vernünftig zu starten, schon traurig irgendwie, ähm, ja, dann haben wir natürlich auch noch, Assassin's Creed Odyssey, das ist unfassbar langes, ähm, was nicht weitergeht, ja, also, da, ähm, machen wir den letzten, die, auch die, auch natürlich die Story noch fertig, und den letzten DLC, und, äh, die beiden DLCs, dann werden wir auch noch ein bisschen dran sitzen, und dann war's das auch irgendwann, ne, also, Assassin's Creed Odyssey, bin ich hoffentlich, hoffe ich, dass es dieses Jahr noch endet, weil, Assassin's Creed Odyssey, es ist jetzt, ah, es ist schwer, es ist, ich will nicht sagen, dass es ein Kackspiel ist, nein, schlecht ist es nicht, es motiviert ja schon, wenn du, wieso, wieso, wieso frisst, wenn ich reinwürdig einen Discord auf den 10% an meiner CPU, der 5%, ist doch geil, haben wir jetzt die CPU gespackt, ähm, ähm, es ist nur sehr, sehr lang, und ich werde es auch wieder bringen, ja klar, weil, tatsächlich, das habe ich euch auf 80 Uhr geschmissen, kommt auch bald wieder, es lag aber auch darin, dass ich irgendwie mit Mafia, MyFan, Petro und der Metal Gear, der ja drei Projekte irgendwie, relativ zeitnah gestartet, glaube ich, ja, ich glaube relativ zeitnah, ja, kommt ungefähr hin, ja doch, kommt hin, ich bin bei Metal Gear, bei Folge 20, bei Mafia, bei Folge 20, und bei MyFanPetro bei Folge 17, äh, 17 Folgen, gestern aktualisiert, okay, äh, ja, gestern, äh, der ist, ja, ja, das ist nicht irgendwie, dass drei Projekte auf den Mal kam, ey, das war doch ein bisschen viel, vielleicht soll ich das nie wieder tun, muss ich mir da merken, ey, dass ich sie dann vielleicht, vielleicht schon gleichzeitig aufnehme, aber dann wird die ein bisschen versetzter starte, nicht immer alles auf einmal starte, ich bin immer so einer, dann freue ich mich, das euch zu zeigen, da bin ich richtig, da bin ich richtig fröhlich, da freue ich mich richtig, euch ein neues Projekt zu zeigen, dann hau ich mal alles gleich raus, natürlich auch ein bisschen, deswegen ist ja ein paar Tage ausgefallen, nach der vierten Folge, aber es geht jetzt auch regelmäßig weiter, besonders weil ich jetzt ja den, weil ich jetzt drin bin im Spiel, es hat auch ein bisschen gedauert, aber gut, Mafia ist wie gerade beendet, das habe ich auch nicht aufgenommen, das sind 31 Folgen, denn das insgesamt, das ist komplett fertig, es endet am, es endet in 10 Tagen, da ändert sich überhaupt nichts weiter, dann hatten wir Metal Gear Rising Revengeance, ja Revengeance, das muss ich noch aufnehmen, da kommt heute glaube ich auch die letzte Folge, der Season, ja, der Soll kam gestern, eure nächste Folge, das muss ich nachher also noch ein bisschen vorproduzieren, dann hätten wir auch noch das Singen City, das habe ich gestern aufgenommen, ich habe gestern tatsächlich, ich sage jetzt schon mal die Briefesammlung fertig, also Nummer 5 Folge, Briefe sammeln, das habe ich relativ auch groß gehalten, die Folgen, damit es schnell weg geht, und danach kümmern wir uns tatsächlich um Hauptfälle, und mystische Bücher mache ich dann später weiter, das haben wir schon ein bisschen angefangen, ähm, ja, ist echt eine, Singen City, ich sage es ja immer wieder, ist echt eine etwas schwerere Kost, ist aber auch im Fogras, echt krass, also wir haben schon echt viel Let's Plays, gerade wenn man so drüber redet, ich glaube man kann schon echt viel drüber erzählen, aber auch, das ist auch eine sehr wichtige Sache, das Let's Plays, in einer sehr, sehr positiven Art, ähm, ähm, ja, ja, ähm, sehr, sehr positiv ist für mich, ich finde, ich habe durch diesen YouTube-Kanal extremst viel gewonnen, weil es nichts, ähm, finanzielles, klar, finanziell ist das, wenn man Kanal, da könnte man sich mal ein Brötchen verkaufen, das, ähm, ist klar, mit 6 Aufrufen, 2 Aufrufen, 10 Aufrufen, 20 Aufrufen, mal so zwischendurch, vielleicht mal 800 Aufrufe, mal vielleicht, ich glaube auch immer, wenn man die 1000 erreicht, einmal, ähm, ist nicht viel, und damit werde ich auch nicht, der neue, der neue, der neue berühmte YouTuber, auf, äh, Deutschland, in Deutschland, nein, das nicht, wer hätte mir davon auch gar nicht ein Brötchen backen können, aber, 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 es sich der in Zahlen, warum, dieser YouTube-Kanal, sehr, sehr dankbar ist, oder YouTube, ich YouTube sehr dankbar sein kann, sondern, eigentlich die Leute, die ich durch YouTube alle kennengelernt habe, denn ich habe Fällen kennengelernt, ich habe, Akira kennengelernt, ich habe auch schon eine Grüsse, ich habe noch viele weitere Personen kennengelernt, ne, ich habe, äh, mit der, mit der, Blatt, Payday, äh, gemacht, habe hier, Livestream, den ganzen langen, ich glaube, da bin ich zweimal, neun Stunden oder so, ach, also, ich glaube, 18 Stunden insgesamt, oder 16 Stunden, relativ viel, Payday 2 gespielt, ähm, ja, ähm, äh, Rebecca, und ich habe extrem viele Leute, ich kenne, ich werde die sich alle aufzählen, nur jetzt auch die, die ihr noch kennt, die ihr auch kennt, ähm, so, dadurch, kann ich dem, äh, dadurch bin ich dem Kanal, äh, eigentlich sehr dankbar für alle Leute, die ich kennengelernt habe, aber ohne diesen, ohne, ohne diesen Kanal hätte ich die Leute nicht kennengelernt, wüsste, wenn ihr wissen wollt, womit alles angefangen hat, oh Gott, nicht zu laut, ist das echt, ich erzähle nicht auch keine Story, aber das wird selbst mal das Plane, äh, und damit hallo liebe Freunde und herzlich willkommen, hat alles angefangen, meine Damen und Herren, denn das ist der Witz daran, dieses Let's Play, als Fan hier gerade hochgeladen, hochgeladen, hat wieder mal schöne Grüße an dich, zum zweiten Teil der Hitman-Serie, Hitman 2, Silent Assassin, Gut, ähm, genau, damit, hat alles, alles angefangen, äh, mit diesem, mit diesem, Video, dieses Video hat einen Stein ins Rollen gebracht, meine Damen und Herren, dass ihr das echt nicht glaubt, dann muss ich natürlich, wenn ich euch, wenn wir schon dabei sind, dass ich euch das zeige, dann natürlich auch, dann natürlich auch, sagt er mit, will kein, ja, das will ich jetzt nicht mehr, äh, ich möchte euch ein anderes Headplay zeigen, teilweise nur zwei Let's Plays, ist natürlich auch, schöne Grüße anfang, guckt doch hier mal rein, echt cool Let's Plays, ähm, echt geil, ich gucke die selber gerade, ich gucke gerade, ähm, was gucke ich denn gerade, äh, wie, wo war denn das jetzt, was ich gucke, sindshaft, ich gucke das echt, hier, da, Fans LP, Liberty City Stories ist cool, ich liebe das, genau, die Story, die Story ist so cool, ich finde, Liberty City Stories sehr, sehr nice, Channel 2, Doktay's Coop, genau, Warte, 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 jetzt wieder, Hitman ist belieb, noch mal den Part, in Ordnung, Gott, wie jetzt animiert ist, ist das, oh Gott, wie jetzt animiert ist die Spiele, Hallo Freunde, und herzlich willkommen zurück zu, Let's Play, Kane and Lynch 2, Dock Days, mit Abtratz, äh, ja, da muss ich euch kurz erklären, das war mein alter YouTube Kanal, Hallo, Hallo, und mit mir den Pänen, Hallo, also, also, übelst auf cool, Hallo, ja, total cool, total cool, Vergangenheitspirates, total geil, total cooles Hallo sagen, ey, wir, haben uns beim Netz mal auf die Suche nach, Sync gemacht, Alter, wie ich da stehe, Alter, ich stehe da so, als hätte ich keine Ahnung, was ich machen muss, was muss ich hier tun, ich stehe da einfach nur, und ich geh wieder, ich hab keine Bock mehr, ähm, ich könnte mein eigenes Netzplay, das war unser erstes Netzplay, das war ganz witzig, also, wir hatten das Nachhip mit zweimal beschlossen, und irgendwann hatten wir uns aus den Augen verloren, Fanon und ich, so, der Witz daran war, dass Fanon irgendwann mal auf Steam Streamer kam, hey, 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 wollen wir uns, wollen wir uns TS treffen, bei damals haben wir TS benutzt, wir benutzen wir Discord, also, ja, können wir machen, können wir zocken, jo, wolltest du aufnehmen, ja, äh, ja, wollen wir dann vielleicht weiter aufnehmen, dann haben wir, können wir, wenn wir noch Zeit hast, ja, natürlich haben wir noch Zeit, dann haben wir diese acht Folgen, tatsächlich am Stück aufgenommen, weil das Spiel ist, ist ein Triple-A-Titel, ist ein richtiger Triple-A-Titel, das ist in den acht Folgen lang gewesen, wir waren, jetzt auch nicht, äh, jetzt irgendwie besonders gut oder so, dass wir jetzt sagen können, wir haben einen Speedrun hingelegt, wir waren ganz normal, wir haben es auf normal gespielt, wir haben normal viel gestorben, würde ich sagen, es war einfach aber ein extrem geiles Display, auch natürlich ein sehr, sehr, ach, ich muss Z gedrückt lassen, ach, und dann zieht er genau dahin, wo du stehst, das ist interessant, das ist sogar mega praktisch eigentlich, ne, ja, ich habe eben das zuvor darüber aufgeregt, dass man das nicht sehen kann, ja, stimmt, aber es ist erst die dritte, ja gut, ich bin hier ein bisschen leiser, ich habe doch kaum Anstimme an, aber es ist halt auch ein Let's Play, was, es sind zwei Let's Plays, die sehr, sehr wichtig sind, oder die sehr wichtig sind, für das, was heute, ähm, was heute entstanden ist, deswegen habe ich Hitman 2, das ist es noch einmal gezeigt, und Ken 2 Talk Days, was witzig ist, war es mit zwei, und das sind auch die zwei wichtigsten Let's Plays, dann hatten wir noch Portal gemacht, das haben wir auch einmal gemacht, also, ähm, wir hatten hier schon echt viel gemacht, da haben wir auch mal ein ganz großes Dankeschön, auch hier natürlich an Fanon, äh, ja, und es sind einfach ganz große Let's Plays gewesen, geworden, ähm, ich hatte ja auch meinen Kanal öfters gelöscht, das lag aber auch daran, dass es Gründe hatte, ich hatte, ich wurde ja auch irgendwann, ne, irgendwann wird ja damit schon erwachsen, und, äh, was ich mal, was ich gesagt habe, ist, äh, ähm, so, wenn ich, ich möchte meinen eigenen Kanal nochmal machen, äh, äh, weil ich will ihn komplett für mich haben, deswegen habe ich ihn neu gemacht, das hat er Gründe, ich habe damit so so ein bisschen, so ein Skp beendet, hatte auch andere Gründe, warum ich öfters meinen Kanal gelöscht habe, das werde ich natürlich jetzt nie wieder tun, ich werde nie wieder meinen Kanal löschen, klar, das mache ich jetzt nicht mehr, dann bin ich froh, dass ich ihn habe, und ich bin so dankbar, diesen YouTube-Kanal zu haben, es würde jetzt überhaupt keinen Sinn mehr machen, nochmal einen Kanal überhaupt, in der Wege zu ziehen, den zu löschen, es hat damals aber eins Gründe gehabt, und auch Sinn gehabt, meiner Meinung nach, an auch, 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 äh, äh, Gründe, leider natürlich noch geile Videos, die kennen, zwei Doktor ist dann leider weg, aber wie gesagt, ihr könnt es ja bei Fans gucken, und, ähm, äh, bei Portal haben wir auch zusammen gemacht, Portal 2, könnt ihr die auch bei Fanon angucken, also, ähm, ihr könnt bei Fanon ein ganzes Space nachholen, dann seht ihr es aus seiner Sicht, weil die meisten Spielen, würde ich jetzt mal behaupten, die wir zusammen gemacht haben, ist seitens meine Sicht, oder die zwei Sichten, auch nicht ganz so, ich war aber, ich war ja gerade bei Campion, die ganze Zeit bei Fanon, also, ich habe ja jetzt ja nicht irgendwie eigene Kapitel gehabt, doch, es gibt es eine, die es noch mal ein eigenes Kapitel hat, aber, es ist nicht über die Rede wert, jetzt so, also, ähm, es ist leider von meiner Seite aus verschwunden, was ein bisschen schade ist, weil es natürlich auch ein, auch ein großer Bestandteil meines Kanals ist, mein Kenntnis Kanals ist, und noch hier nochmal vielen Dank, äh, auch eigentlich auch meines Kanals, sondern das ja, das, was mein Kanal ist, das, was mein Kanal heute ist, hat, hat indirekt, indirekt, mit Fanon, äh, auch mit da beigesteuert, mit zwei Let's Plays, also ein, was wir gemeinsam gemacht haben, und dann erstes LP, äh, Hip-Bin 2 LP da hatten, hier sind das Silent Assassin, Hip-Bin 2 Silent Assassin, LP, zwei Let's Plays, ähm, die, die, ähm, mein Kanal, auch Einfluss haben, was natürlich, ne, wenn man gerade, gerade, wenn man das produziert, ganz ehrlich, ich glaube, Fanon hat das bestimmt nicht aufgenommen, in dem Sinne, Hip-Bin 2, ach, egal, das wird alles verändern, nein, also, das ist der Witz daran, was einzelne Videos, auslösen können, so, dadurch ist das geworden, ich sag mal so, ich habe das, mein IS Hip-Bin 2, ich habe auch Hip-Bin 2 Let's Plays, das war mein erstes Let's Play, also, das Hip-Bin 2, dieses Spiel, dieses Silent Assassin, hat so viel, gemacht, indirekt, obwohl es nur ein verdammtes Software ist, obwohl es nichts war, das als ein Computerschweber, ein paar Leute umbringt, um eine kleine Story erlebt, es ist aber eine so coole Sache, und ich bin, echt, ich finde es echt geil, und ich weiß nicht, ich habe mir dann, in der Hip-Bin 2, mit angeguckt, und habe so, hey, da kommt der ganze Partie rüber, erst mal, erst mal anschreiben, ach ja, das ist also die ganze Story, so wie mein Kanal heute ist, und hier auch mal, könnt ihr gerne mal, fern mal reingucken, beischauen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich danke natürlich auch, fürs Zuschauen, und ich hoffe, auf ein weiteres, schönes Jahr mit euch, und mal gucken, was es für Überraschungen bereithält, dieses Jahr, dieses nächste Jahr, gerade spieltechnisch, erwarten uns ja, ne, fürs nächste Pirates Jahr, für dieses Pirates Jahr, jetzt ganz, ganz jene Spiele, mit Vampires and Masquerade, Death Stranding, und Cyberpunk, das sind ja die drei, äh, Spiele, die jetzt, äh, durchaus, eine Erwähnung, eine, 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 äh, durchaus, äh, eine, ähm, eine Erwähnung sind, die durchaus, was verändern werden, also ich sehe immer schon, aus, Vampire, gerade Cyberpunk, wird, das Spielegenre, äh, würde ich sagen, je nachdem, beeinflussen, also wenn es jetzt, komplett kacke wird, was ich jetzt nicht hoffe, wird es in, in eine andere Richtung beeinflussen, gerade in dem, Vorbestellerbereich, weil es echt, vorbestellt wurde, und, äh, oder wenn es richtig geil wird, in dem Bereich, dass sich Leute vielleicht sowas abgucken, ich danke, ich danke natürlich, vieler Wann fürs Zusehen, ich hoffe auf ein weiteres Jahr, vielen Dank, für diese Unterstützung, in diesem, in diesem Jahr, vielen Dank, auch wenn da ein paar Auf und Abs gab's, äh, vielen, vielen Dank, ich mach das weiterhin, immer noch extrem gerne, ich möchte weiterhin, immer noch, viel Let's Playen, ich will euch, viele, viele Spiele zeigen, ich will euch, Spiele zeigen, wie gut sie sind, wie scheiße sie sind, äh, hoffentlich immer zeigen, wie gut sie sind, ich, will euch das wirklich zeigen, wirklich näher bringen, und damit, vielen, vielen Dank, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, ich hoffe, wir sehen uns, im nächsten Let's Play, dann wieder, oder im laufenden Let's Play, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, danke nochmal für alles, haut rein, euer Pirus, bis, zum nächsten Mal, Tschüssi. Tschüssi.